Du bist Online-Marketer und kaufst Traffic über Google und Amazon ein? Dann bestimmen KPIs deine tägliche Arbeit. Die Frage ist, helfen sie dir dabei erfolgreich zu sein oder hindern sie dich daran? Ich bin der Timo von Finch und in unserem Webinar am 3. Februar möchte ich genau darüber sprechen. Wir entschlüsseln gemeinsam die Standard-KPIs und ich möchte dir neue Denkanstöße mitgeben rund um den Umgang mit Kennzahlen. Jetzt anmelden, ich freue mich, wenn du dabei bist.